Willkommen im Autohaus Langer. Bei uns erwartet Sie die größte Autoshow im Rhein-Sieg-Kreis. Auf 6000 Quadratmetern Ausstellungsfläche präsentieren wir Ihnen über 200 Fahrzeuge der Marken Opel und Honda. Unser freundliches und kompetentes Personal berät Sie personen- und bedarfsorientiert. In unserer Meisterwerkstatt kümmern sich unsere Mechaniker gerne um Ihr Auto. Machen Sie doch auch mal einen Zwischenstopp bei uns. Autohaus Langer an der Burg Sülz 38 in Loma. St. Augustin, 18.03.2011. Gegen 11.45 Uhr kam ein 55-jähriger Hennefer mit seinem Opel beim Überholvorgang auf der A560 in Höhe Busdorf von der Fahrbahn ab. Der Fahrer wollte einen anderen Pkw überholen. Dabei touchierte er diesen und landete in der Böschung. Der Hennefer musste leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.